Das Lamm in der Bibel Schafwendelin führt dich nun ins Herz der Burg Posterstein. Aus einem der alten Bücherschränke hat es für unsere Osterferientour eine uralte Bibel ausgesucht. Die Bibel ist die Heilige Schrift der Christen. Sie besteht aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Nach ihren Texten wurde auch der Zeitpunkt für das Osterfest festgelegt. Denn anders als Weihnachten, das immer am 25. Dezember gefeiert wird, ist Ostern ein bewegliches Fest. Ostersonntag fällt immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Auch diese etwas seltsam anmutende Rechnung stammt aus der Bibel. Jesus Christus starb am jüdischen Pessachfest und auch dieses findet im Frühling statt. Das Lamm wird in der Bibel meist als Opfertier beschrieben. Oft wird Jesus Christus auch als das Lamm Gottes bezeichnet, weil er am Kreuz starb und mit diesem Opfer die Christenheit erlöste. In vielen christlichen Bildern sind daher Schafe oder Lämmer dargestellt, die eine Siegesfahne tragen. Man könnte es vielleicht auch so sagen. Jesus ist als Opferlamm für die Christenheit gestorben und hat durch seine Auferstehung den Tod besiegt. Das Lamm ist damit ein Symbol des Lebens. Die Bibel, die unser Schaf Wendelin für dich ausgesucht hat, wurde vor über 200 Jahren in Nürnberg gedruckt. Auch sie enthält das Alte und Neue Testament. Aber anstelle von Zahlen, wie wir sie kennen, finden wir hier Buchstaben, die verraten, wie alt das Buch ist. Die Buchstaben sind römische Zahlen. Jeder Buchstabe ist dabei eine bestimmte Zahl wert. Rechnet man die einzelnen Werte zusammen, erhält man die Jahreszahl. Ein M steht dabei für 1000, D für 500, C entspricht 100, L wäre 50, X die 10, V steht für 5 und I für eine 1. Das klingt doch nach einer lustigen Rechenaufgabe. Frage Nummer 3 Wenn unsere Bibel auf das Jahr M, D, C, C, X, 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 V, I datiert ist, wann wurde sie gedruckt? 1736, 1786, 1696 und I, D, C, X, X, V, I, D, C, X, V, I, D, C, X, V, I, D, C, 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 V, I, D,